Mein Name ist Stefania Lang. Mein Name ist Alice Martin. Und wir haben gemeinsam MidiLogin gegründet und haben jetzt für euch eine Lektion vorbereitet. Wir starten einfach mal. Denn wir haben ja häufig Patientinnen, die in die Praxis kommen und sagen, ach, ich hätte gerne Jaluronsäure im Bereich der Lippen. Und das bedeutet ja gleichzeitig, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, wie man die Lippen aufbauen kann. Und Lippen ist etwas, ich denke, sowohl junge als auch ältere Patientinnen haben Interesse, das behandeln zu lassen. Und die große Frage ist, für wen kommt das überhaupt in Frage? Also kann man das bei allen Patienten durchführen, wenn jemand zur Beratung kommt? Was sind denn so Parameter, die wichtig sind? Natürlich allgemein die Lippenfülle. Es gibt Patientinnen oder Patienten, die haben schon immer eine niedrige Lippenfülle. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass das über die Zeit weniger wird. Und man kann auch sich die Kontur anschauen. Also das ist auch, wenn wir die Lippen behandeln, ein Teilbereich. Und natürlich, wenn man schaut, wie sind die Mundwinkel? Ja, das ist ja auch noch Bereich Lippenbehandlung. Genau. Manchmal sagen die Patienten auch, ich möchte einfach diese Winkel etwas aufgebaut haben. Denn wir haben ja nicht nur im Bereich des Lippenrots einen Volumenverlust über die Jahre, sondern auch im Bereich des Lippenweißes. Ja. Ich denke, das ist auch etwas ganz Wichtiges, wenn man sich den Lippenrot-Bereich und den Lippenweiß-Bereich anguckt. Stichwort Harmonie zueinander. Also das bedeutet, es gibt wirklich Patientinnen, die haben sehr viel Lippenweiß, aber die Lippen selber, das Lippenrot, sticht nicht so hervor. Und da würde man nicht empfehlen, das Lippenweiß mitzubehandeln. Oder andersrum. Oder andersrum. Und wir sehen ja häufig, wenn wir das Lippenweiß behandeln, zum Beispiel bei einer älteren Patientin, dass das Lippenrot durchaus etwas einklaffen kann. Und ja, allein durch die Proportion, weil das eine hergestellt ist, das andere etwas kleiner, dünner oder nicht so voluminös ausschaut. Und da gibt es natürlich einfach ein paar Tricks, wie wir es schaffen, dass die Lippe avertiert wird. Das heißt, nach außen rotiert wird. Aber beginnen wir erstmal mit der wichtigsten Indikation, nämlich die Kontur. Das heißt, wir platzieren mit einer Spitzenkanüle oder auch Stumpf, beides möglich, ganz, ganz, ganz vorsichtig mit wenig Material die Kontur. Ganz oberflächlich. Und da ist auch die Empfehlung, nicht zu viel direkt zu machen, denn sonst kann es natürlich dazu führen, dass es nicht so natürlich ausschaut. Und beim Amorbogen ist das der Klassiker. Okay, wir gehen einmal entlang der Kontur, das zeigen wir gleich beim Hands-on. Aber es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, dass das womöglich eine der wichtigsten Stelle ist. Dass wir an der Stelle auch eine ganz, ganz, ganz natürliche Rekonstruktion oder Aufbau der Kontur auch durchführen, auch wenn sehr schmerzhaft und dass wir vom Amorbogen, also die Spitzen bis hin zur Nase, also das Filtrum auch respektieren. Denn häufig, wenn wir zu viel Jaluronsäure im Bereich des Lippenweißes unterspritzen, kann es sein, dass es etwas platt erscheint. Und das wäre dann nicht so harmonisch. Das stimmt. Und genau, also von daher ist es immer wichtig, einmal eine ganz ausführliche Analyse durchzuführen und auch die Patientin zu fragen. Manchmal sagen sie, die wollen nur, dass der Amorbogen etwas prominenter erscheint. Und wenn man das behandelt, da auch wirklich der Tipp, immer wieder die Patienten gucken lassen. Ja, damit man nicht nachher seine eigene ästhetische Vorstellung hat, die vielleicht nicht zu der Patientin passt oder die Patientin weiß vielleicht auch gar nicht, was sie haben möchte. Genau. An der Stelle natürlich auch die Erwartungshaltung mit der Patientin immer besprechen. Was kann ich erzielen? Und wenn ich zum Beispiel das erste Mal mit 60 eine Behandlung des Lippenweißes erhalte, dann wird es natürlich nicht so prall ausschauen, wie wenn ich das bei jemandem mache, der gerade Mitte 30 ist. Das stimmt. Und ganz wichtig, bevor man startet, dadurch, dass es eine so empfindliche Stelle ist, kann man wirklich ungefähr 20 bis 30 Minuten Minimum vorher ein anesthesierendes Gel auftragen. Da gibt es auch eine Rezeptur. Oder man kann wirklich mit der Apotheke das absprechen, damit man das vor Ort parat hat. Wichtig, dass die Patientin nicht mit der Schleimhaut oder mit der Zunge drankommt, weil das ist ein extrem unangenehmes Gefühl dann. Ja. Genau. Und dann gehen wir direkt auf die anatomischen Kriterien, die wir auf jeden Fall im Auge haben sollten, nämlich die wichtigsten Versorgungsarterien. Das ist einmal von der Carotis, Arteria Carotis externa, die zur Aphasialis wird, kommen dann zwei wichtige Äste. Einmal die Arteria Labialis superior und die Arteria Labialis inferior. Hauptsächlich, wenn wir bei der Unterspritzung etwas die Lippe ervertieren, das werden wir beim Hands-on sehen, können wir im Übergang von dem Lippenrot zur Schleimhaut sehen. Manchmal kann man das sehr gut beobachten und wenn man das nicht sehr gut beobachten kann, dann sollte man das auf jeden Fall im Auge haben oder im Hinterkopf, dass da die Arterie entlang läuft und da einfach ein bisschen, zumindest Äste davon, das variiert ja natürlich von Patient zu Patient, dass wir da sehr gut aufpassen und man kann sich merken, wenn man spritzt, hat man ja immer eine neue Kanüle, also stumpf oder spitz. Wenn es zum Beispiel spitz ist und wir mit einer frischen Spritze reingehen, sehen wir direkt, ob sich die Kanüle füllt oder nicht mit Blut. Sobald wir ein kleines bisschen Blut sehen, einfach rausgehen und uns noch mal eine neue Stelle aussuchen. Und wenn man sich unsicher ist, es gibt ja auch einige Studien, die sagen, dass durchaus das Zurückziehen, also die Aspiration helfen kann, einfach zu schauen, ob man in einer Arterie drin ist. Aber das ist jetzt erstmal nur pro forma, dass man jetzt einmal nur anatomisch weiß, wo sind wir? Und dieser ganze Konstrukt ist der sogenannte Circulus Arteriosus Oris und soll einfach nur sagen, es ist alles miteinander verbunden und es sollte natürlich sehr gut aufgepasst werden, dass wir an der Stelle nirgendwo in das Gefäß reinspritzen. Und wenn wir uns dann auch noch mal die Muskulatur angucken, klar, wir haben den Musculus Arbicularis Oris. Insgesamt ist es vielleicht an der Stelle nochmal, gerade weil wir im Bereich ästhetische Medizin aktiv sind, ein Hinweis, dass man schaut, hat die Person vielleicht auch hängende Mundwinkel, weil sie immer wieder den Depressor Anguli Oris aktiviert. Wie sieht insgesamt die periorale Muskulatur aus, weil Kombinationsbehandlungen durchaus Sinn machen. Und gerade wenn man langfristig einen Erfolg erzielen möchte, das ist dann natürlich für die Patientin oder für den Patienten von Vorteil, dass man sich auch die Muskelaktivität ganz detailliert anschaut. Das stimmt. Also wir können tatsächlich mit dem Depressor Anguli Oris natürlich off-label mit dem Toxin wunderbar arbeiten. Am besten dann Toxin nach der Hyaluronsäurebehandlung, um nicht einfach, genau, super. Dann würde ich sagen, haben wir mehrere Techniken. Also jetzt sehr en vogue ist die Russian-Lips-Technik. Also man hat versucht, auch schon mal das Ganze anders zu nennen. Aber dieser Begriff hat sich etabliert, deswegen benennen wir das auch so. Es ist letzten Endes nichts anderes als eine oberflächliche Injektion des Materials, sodass die Lippen sehr stark nach außen schauen, beziehungsweise, dass das Lippenrot sehr in die Vertikale prominent erscheint. Aber das ist nicht unbedingt der häufigste Grund, weswegen die Patientin in die Praxis kommt. Häufig sagen die Patientinnen, insbesondere in Deutschland, ja, ich möchte die Lippen etwas aufbauen lassen, aber es soll natürlich ausschauen. Einfach nur ein bisschen mehr Volumen oder Kontur. Ab Anfang oder Mitte 30, je nachdem, kann man schon merken, dass die Kontur etwas abnimmt. Und insbesondere, wenn man dann Lippenstift aufträgt oder so, dass man sagt, ah, das verläuft manchmal ein bisschen. Und das kann man super mit verschiedenen Techniken aufbauen. Gehen wir jetzt einmal zum Lippenrot. Genau, zum Lippenrot kann man sagen, wenn wir das jetzt zum Beispiel empfehlen würden, jetzt, was den Volumenaufbau angeht, könnte man von unten nach oben spritzen und beim Rausziehen immer, ja, Retrograd sozusagen etwas Material abgeben. Säulenweise, das ist eine der Techniken, aber es gibt verschiedene. Aber um das jetzt einfach mal einfach zu halten, haben wir euch heute diese mitgebracht. Genau, und zwar, welche anderen Techniken es sonst noch gibt. Vielleicht können wir einfach nur ergänzen, einmal aufzählen. Ja, also man kann tatsächlich, wenn wir zum Beispiel einfach nur etwas Volumen in das Lippenrot reinbringen möchten, von der Seite kommen, also wirklich hier rein bis in die Mitte und dann Retrograd etwas injizieren. Oder die Russian-Lips-Technik wäre, indem wir von oben in das Lippenrot reingehen und rausziehen. Super, also das heißt, vielleicht da auch nochmal, wir haben ja die Präsentation, sonst gerne auch nochmal stoppen gleich und die Pfeile nachverfolgen. Ja, wir haben jetzt besprochen, wie man das Lippenrot macht. Vielleicht nochmal zum Lippenweiß, dass wir da übergehen. Gibt es nochmal irgendwelche Tipps oder Tricks? Genau. Das Lippenweiß ist natürlich, dass wir das, das muss man schauen, dass man das mit einer anderen, oder ist zumindest unsere Empfehlung, dass wir das mit einer anderen Jaluronsäure behandeln. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal Galderma, wenn wir überlegen, welches Produkt eignet sich am besten? Manche sagen, Jaluronsäure ist gleich Jaluronsäure. Da muss man natürlich schauen. Also es ist schon mit der Art der Jaluronsäure, es ist ja nicht alles dasselbe, wie sie vernetzt ist, wie die Viskosität, also die Konsistenz etc. ist, müssen wir an der Stelle einfach mal sagen, es gibt zum Beispiel für die Lippenweißregion das Skin Booster Präparat, entweder Vital oder Vital Light, das wäre dann noch ein bisschen feiner und damit kann man wunderbare Ergebnisse erzielen, weil es einfach ein sehr leichtes Präparat ist, was kaum irgendwelche Knötchen bildet etc. und sich super ausmassieren lässt. Das heißt nach der Behandlung kann man dann mit ein bisschen Creme drumherum massieren, damit man einfach sicher ist. Und für die Lippen vielleicht da nochmal so ein Präparathinweis? Genau, für die Lippen würden wir Restylane Kiss, auch von der Firma Galderma. Es gibt auch andere Präparate und es gibt auch andere Stärken. Also man kann auch mit anderen etwas festeren Präparaten die Lippe aufbauen, aber das würden wir empfehlen, wenn wir tatsächlich eine Patientin haben, die das schon öfter gehabt hat und wo wir wissen, okay, da könnte es nicht zu viel sein. Also stärkere Präparate, damit meinen wir natürlich Präparate, die visköser sind, also die nicht so leicht sind, so gelartig, sondern wirklich ein bisschen fester. Jetzt haben wir gerade Kiss gesagt und wir wollten heute noch etwas machen, was ungewöhnlich ist, eine Lokalisation, die aber vor allem auch ältere Damen, die viele Ohrringe tragen, sicherlich wünschen würden. Und weil es doch eine so schöne Indikation und Technik ist, wechseln wir an der Stelle einmal tatsächlich zur Behandlung des Ohrläppchens. Ja, also de facto ist es eine Behandlung, die wir natürlich im Bereich des Ohrläppchens, es ist off-label, ja, aber es ist ja wie bei jeder anderen Stelle im Gesichtsbereich, dass man beachten muss, was für Gefäße habe ich im Bereich des Ohrläppchens oder des Ohres. Und wir sehen hier die Arteria temporalis superficialis, auf die müssen wir aufpassen. Und wenn wir reingehen im Bereich des Ohrläppchens, haben wir dann die Rami auricularis anterioris und ja, auch dementsprechend die Posterior. Die sind recht klein. Genau. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, irgendetwas aktiv zu injizieren, ist marginal, also natürlich nicht ausgeschlossen. Aber es ist eine Behandlung, wo ganz wenig Volumen schon ausreicht. Und diejenigen haben dann nicht mehr so Schwierigkeiten, dass das Ohrläppchen bei Ohrregen direkt hinkt. Genau. Und wir werden es ja gleich beim Hands-on sehen. Wir greifen das Ohrläppchen, gehen rein, schauen, dass wir gerade nicht im Gefäß sind und gehen ganz vorsichtig rein. Immer schön langsam injizieren. Und dann kann man auch sehen, dass gerade nichts passiert. Sobald der Patient sagen sollte, es schmerzt unglaublich viel. Also das erkennt man dann auch, dass es dann einfach stoppen und schauen, was gerade ist. Pro Seite würde man 0,1 bis 0,3 Milliliter nehmen. Und ja, also letzten Endes ist es auch so ein bisschen nach Gusto. Schon empfehlenswert wäre dann zu sagen, der Patientin zu sagen, dass sie dann einige Tage nach dem Ohrläppchenaufbau jetzt nicht unbedingt nochmal große Ohrringe tragen sollte, damit sich das einfach gut verteilen kann. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon mit dem theoretischen Teil fertig und wechseln nun zum Hands-on. Wir haben zwei Indikationsstellungen, einmal Lippen und einmal Ohrläppchen mit dem Präparat KISS von Galderma. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr dranbleibt und auch, wenn wir euch das nächste Mal dann wiedersehen. Super, danke schön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.